Mit dem Flug des Karnevalsengels ist in Venedig der offizielle Startschuss für die fünfte Jahreszeit gefallen. Den Drahtseilakt 100 Meter über dem Markusplatz verfolgten über 30.000 Schaulustige. Die Auserwählte ist Linda Pani, 20 Jahre alt und natürlich Venezianerin. Nach ihrem Höhenflug vom Markus-Turm zum Dojenpalast wurde sie von karnevalistischen Würdenträgern mit einem Spritz begrüßt. Abseits der Kameras wird der Karneval von einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften begleitet. So wurden auf den Markus-Turm Schafschützen beordert. Der Karneval ist eher langsam ins Rollen gekommen, aber nach und nach kommen immer mehr Menschen zusammen. Der Karneval in Venedig läuft noch bis zum 25. Februar.